Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe bei Assassin's Creed Van Hanna ein Easter Egg bzw. eine Easter Egg Theorie. Einige sagen es ist ein Easter Egg, es ist beabsichtigt. Andere sagen es ist Zufall, aber schauen wir uns doch erstmal diese Maske an. Das ist die Magister Maske. Woran erinnern Sie uns? Richtig, an einen Mundschutz. Und was sagt Ava noch immer zum Abschied? Ich muss gehen. Bleib gesund. Richtig, bleibt gesund. Also einige sagen es ist Zufall, aber ich habe die Theorie, es ist ein Corona Easter Egg. Die Magister Maske, die aussieht wie ein Mundschutz und Avas bleibt gesund. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und schaut gleich auch noch meine anderen Videos. Und bis dahin, wie Ava sagt, bleibt gesund. Auf geht es nicht. Wenn.